Neue Sachen Neue Sachen Lass es dir alles neu jetzt Der kommt schon vor der Leyen Neue Sachen Was ist das, den nehmen wir alle an? Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Äh, was? Gleich schlag ich Disney Alter Laufplätze Er ist vor Hunger schon ganz fleiß Es ist mit deinem Ansicht Es war die wilde Jagd Sie haben keinen Amelie verlassen Hölle 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 Das sind wir auch schon Hey Wir müssen mal steigen Danke Wir müssen reisen Zurück Zeug verkaufen, nochmal speichern, dann können wir die Person da kraschen mit mir. Die Person ist wo? Da könnte man mal gucken, wo die Person ist. Ok, ich muss eh das lassen. Miet. Miet rein. Oh, ein neuer Händler? Oder ist das der gleiche? Wenig mit dem Geräte? Keine Ahnung. Hi. Grüß dich. Meinen Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Ok, ein neuer Händler. Nicht der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profite und Risiko gehören zusammen. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Was hast du denn? Wow. Wow. Tolle Sachen, ey. Fälle hast du überwiegen. Jungerische Fälle. Ein super Händler. Eisbärfell? Ok. Eisbären gibt es auch. Wahrscheinlich hinten bei... Ich weiß, dass da das Geile gibt, wo die... diese Stände sind. Hasen fällt. Die armen Hasen, ey. Na gut. Ich habe jetzt glaube ich nichts zu verkaufen. Was ist das denn? Warte, wo ist jetzt okay. Okay. Habe ich was für dich zu verkaufen? Das geht schon mal. Also es gibt mir sonstiges vielleicht irgendwas. Es ist Silber. Bis dann. Lebt wohl. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich. Okay mal kurz, Geralt. Nein. Da war es doch. Handwerk. Genau. Überlegene Bärenhandschuhe. Ok. Das bleibt. Und das. Oh. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das lässt sich auch sehen. Aber Level 30. So wie viel das ist. Das ist Level... 14. Ist. Das sieht super aus. Dorfisch ist schwer. Das ist meins. Viel besser. Blunder. Blunder. Es war. Äh. Handwerkstutat. Auch Silberwaren. Ob das Silberwaren für mich ist. Da. Silberwaren. Da könnte ich das hier herstellen. Warte mal. Was ist das da unten? Keine Ahnung. Achso. Ach da muss ich zum Ding jetzt erstmal runter. Da liegt ein Schmied. Wo ist das denn? Ich wünsche euch die Pocken. Was? Du hast die Pocken gehört. Geh weg. Wo ist denn... Ja Fadi. Mädchen. Ja. Wo ist denn ein Fadi? Oh. Machen wir es so... Moment. Der ist nicht hier oder? Pennt glaube ich. Pennt. Schön. Meditation. Bis 8. 7. Ich mach bis 7. Dann müsste der ja... nicht da sein. So. Er bewegt sich gerade raus. Warten wir mal kurz auf ihn. Schöner Morgen. Oh. Du hast aber einen schönen Anhänger. Na. Dankeschön. So. Wer hat heute noch was bewegt dich? Geh an deinen Arbeitsplatz. Oh. Morgen. Was denn? Ich kann dich beschlafen oder was? Ich seh mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. So. An der. Nein. Silberwaren. Zwei. Weißt du, ich hab jetzt die Silberwaren, die ich brauchte? Könnten wir mal schauen. Jetzt haben wir gleich die Sachen verkaufen. Warte mal. Verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das. Das. Und das. Ja. Der hat sonst Tügelkram nicht. Was denn da? Silberschmidt. Für drei. Na. Gib mal das Schätzchen her. Hier noch irgendwas verkaufen. Hm. Nee. Was doppelt wäre, was man jetzt nicht bräuchte. Drei Prozentzeichen in Hensität. Das ist zwei. Ähm. Puh. Da muss ich mal kurz... Einen Moment. Bis dann. Ich will mich erstmal hier ein bisschen verbreiten. So. Da. Halt. Ausrüsten. Kann ich das ausrüsten? Ja. Ja. Okay. Da. Neue Silberschwert. Damit wir auch mal jetzt mehr Schaden bei den Monstern. Ähm. Trotzdem muss ich jetzt erstmal... Weil wir die... Am Abend würde ich gerne schnell nach Weißgarten. Und schauen, ob wir uns die bessere Rüstung holen können. Ähm. Weltgarten? Weißgarten. Na komm. Wir Weißgarten auch. Ne. Bei ihm nicht. Das war oben der. So. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Jetzt vom Aussehen her... Das Silberschwert ist nicht anders wie das andere. Ja. Gut, dann... Mal schauen. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate warten? Guten Morgen. So ein sehr guten Tag. Wir haben ja schon Nachmittag. Hallo. Hi. Hi. Willst du spionieren oder feilschen? Zeig mir deine Waren. Ah. 30. Schon. Mal schauen. Handwerk. Nein? Da brauche ich auch erstmal nichts. Achso, der hatte die Silberschwerter. Okay, dann war unten der eine mit den Rüstung. Er ist ja noch Schwerter gehabt. Ist ja nicht schlimm. Ja. Schon von der Freiheitbrigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Es ist ja und drehen. Ähm. Tür auf. Äh. Und die anderen bringen es schon in den Nacken rein. Der Kaiser wird uns führen. Gerade... Ja. Krawatten liegt uns ja derben, so. Hm. Da hinten ist Tomira. Zu Tomira will ich nicht. Oh. Alter. Welche Probleme mit mir. Ja. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hykser, der auf der Jahn... Sofst du Ärger? Nein. Er feiert und singt. Kaiser M. hier trinkt. Dann fällt er ins Bett. Und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er... Okay. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. So, mein guter. Kann man bei dir was kaufen? Waffen. 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 Okay. So, naja. Waffen ist das? Okay. Waffen. So wie meins. Aber... Was ist denn der Unterschied? Na ja. Was ist denn beim Handwerk? Handschuhen. Wow. Meine sind viel besser. Oberkörper. Okay. Dann hatte ich mich verzahnt. Ich dachte, es wäre hier irgendwas besonderes. Anscheinend ist das hier noch Müll. Bleib. Ja, schön. Ja, ja. Dann rennen wir mal wieder nach vorne hin. Weg. Mit mir, Gänse. Hattest du nicht irgendwas Besonderes gehabt? grüß dich lass mich einen Blick auf deine Waren werfen so da was ist denn hier unten mal 4 485 das ist alles auf jeden Fall besser als mein Zeug das ist also teuer mann das ist auf jeden Fall alles ziemlich besser als das was ich habe aber ist alles so teuer ey mann wenigstens die Rüstung hätte ich mal ja muss uns das hier vielleicht neusten aber die Rüstung ist ja die Rüstung ist ja 6 9 5 10 7 4 ja komm wenn man das nehmen kann warte mal schau mal kurz bei mir zu holen nach ob ich da was verkaufen kann irgendwelchen Tüdelkram weil sonstiges hab ich noch so viel Zeug die Bücher ja weiß ich noch nicht oder das was doppelt ist das kümmer glaube ich sache wenn ich da jetzt hier wieder ich warte ich alles für mich das weiß was erwähnt das flächen 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 sch Schau mal, dass wir hier noch irgendwas verkaufen können. Was ist das? Schwarzmagische Puppe. Hat mir sonst genau so ähnlich. So, jetzt fällt das, das kommt mir ja auch ganz schnell. Altes Ziegengefell. Dann muss ich erstmal noch 5 Farben. Oh, 3 kommen. So, falls jemand das sammelt. Pferdehaut. Ich will keine Pferdehaut haben, wenn Plätze dabei ist. Die Arme Plätze drückt mir noch durch. Ich wünsche, dass wir Haus von ihren Verwandten haben oder so. Äh, ja. Was sagt ihr? Ne, Geralt, ich mach den Mist hier nicht weiter. Du kannst mich mal. Ja. Sehr doof. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier noch was verkaufen kann. Ah, komm hier Mist. Riffenkopf, halten wir mal. So, ich krieg mal alles wieder irgendwann. Und Textzeug, äh. Und hier soll ich noch zu viel haben vielleicht. Das ist noch. mal schauen greifen ein, das behaltet man da von den vielen Blumenkotten vielleicht was oder was haben wir unten noch irgendwas Besonderes oder was haben wir unten noch etwas Besonderes was ist denn schaum pass auf dich auf Moment Geralt sehen wir mal das an was du jetzt hast meine Handschuhe meine Stiefel so lass mich einen Blick auf da waren gehalt müssen jetzt noch so viel zusammen bekommen und rohes Fleisch das kann man doch nicht essen weg damit ja rohes Fleisch willst du dir eine Vergiftung holen oder da kannst du bestimmt nicht weil du Hexe bist aber trotzdem ey bah rohes Fleisch so wie viel brauche ich dafür 480 wenn ich irgendwas anderes das kann man verbrauchen kann was ist das was ist das was ist das was ist das das oder was so ja 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 wir haben jetzt schwer ich denke mal ich weiß nicht ob ich da noch ganzen sachen ich brauche die bücher wird der herr brauche stehen da habt ihr ihn verkauft ist ja auch doof na was wir verkaufen das ist ein scharf weg Okay, dann geht's. 333340 3353, wow, das würde ich gerne behalten Feld eines weißen Wolfs davon so viel verkaufen 415, ok jetzt nicht mehr so viel dann kriegen wir sicherheitszahlen wir hier noch ein bisschen krank verkaufen ja, komm, bisschen noch irgendwas erstmal nicht unbedingt brauchen jetzt kann ich da so irgendwo wieder sammeln dann Uhhhhhh Monster War Uhhhhhh Hey, I'm gonna Skater Zone My Heerports Ah. Pass auf dich auf. Geralt? Was sieht das mal an? Und? Oh, schick. Das sieht so aus, an dir. Ah, also, jetzt kann man hier unten auch gucken, was du bei Plätzen hast. Preises Kapazität, 20, 25, 25 Ausbau. Na. Grüß dich. Lass mich einen Blick. Kann man da noch ein bisschen besser kaufen, ja. Ach, das hat man glaube ich auch von ihm gekauft, das ganze Zeit. Sieht super aus an ihm. Pass auf dich auf. Jetzt sind wir bereit, das nächste Monster kaputt zu hauen. Äh, äh, Y-Long, und dahin, und, was? Ach, das sind die... Wir haben ja auch nicht mal die Hälfte entdeckt. Da ist eine Stadt, da ist eine Stadt. Ja, genau, da ist doch dieses Novigrad. Wir waren noch hier, da ist doch gedacht worden, hier Novigrad und so weiter. Ja, aber ich hab mich ein bisschen gemacht. Ja, 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 ja. Was ist das irgendwie für ein Wetter? Vielleicht möchte ich mich mal in den passenden Mond passen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz bei OBS vorbei, aber ja. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber. Wir sehen uns beim nächsten Livestream. Beim nächsten Livestream haben wir am Dienstag wieder. Und dann geht es hier im regnerischen Wetter von BL weiter. Ja, mal sehen, was uns dann erraten wird bei den Ausgab-Events geladen haben. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.